So, Freunde, da hat aber jemand gerade eine ganz, ganz besondere Idee bekommen, nämlich habe ich einfach gedacht, ähm, es kam mir vor ein paar Tagen, es ist schon elf Tage her, egal, kam ein neuer Song von Camellia raus, wie einige Leute wissen sollten, ich bin ein absoluter Camellia-Fanboy, jetzt klingelt die Tür, ich bin gleich wieder da. Okay, er, wie der eine oder andere Viewer von mir wissen sollte, ich bin ein absoluter Camellia-Fanboy, und er hat jetzt am 11. so einen Song ausgemacht, der ist halt comic-free, der ist halt nur für die Community so angedacht, von wegen 80.000 Twitch-Follower, äh, Twitter-Follower, 50.000 Abonnenten auf YouTube und 6.000 Member auf Discord und so ein Zeug, und dann habe ich irgendwie random einfach über Crime-Spray diese Heist hier gespielt gehabt, und ich war so, okay, okay, ich versuche das jetzt mal durchzuspielen, während der Song läuft, und er darf nicht stoppen, also jetzt quasi in diesem Zeitlimit muss ich das packen, das heißt, es ist so indirekt ein Sweet-Drum, aber dabei kann ich mich selbst auch noch ein bisschen mit der Musik amüsieren. Das, was ich ja auch gar nicht gezeigt habe, also, hier ist mal ein schönes Loadout, meine Skills, mein Crew-Management, falls das überhaupt was bringt, Also, ein Korrekture von Linkopf Some Fortune Excellent Very Deploying this asset is a smart move, if I may say so. Excellent. Luck Let's put this But luck is where opportunity meets This will be placed as requested. Planning is one thing. Execution is another. Okay, let's go. Und... los. Das ist echt laut. Ich habe vergessen, das Monotaur zu werfen. Ich bin so dran. Ah, okay. Ah, cool. Oh. Ich habe nur ein kleines Wettbewerb in den Kasten. Das war's. Ich würde genau da, wo ich ihn muss, nehmt. Ach Junge, jetzt geht der auch noch da rein, oder was? Muss das sein, ne? Ich würde mir sagen, hier kommt niemand mehr rein. Das wird geplant worden. Oh. Scheiß drauf. Ach ne, ich geh doch weg, bitte. Oh. 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 Oh mein Gott, das wird so close. Oh mein Gott, das wird so close. Oh mein Gott, Alter. Alter, wie, first try, Alter, wie. Boah, Junio. Hey, ich hab Pause gemacht. Wie hab ich das first try gemacht, Alter. Gut, ja, das wird ein richtig variables Video, Alter, wo ich auch richtig viel nicht schneiden muss, das gefällt mir. By the way, congrats, ich bin, empfehle mich 25, level 100. Das Geld werde ich nie in meinem Leben los, hier. Lass dich nur noch sagen, abonniert mich im Busfahrer. Und wir sehen uns beim nächsten Video.